Es wurde mal wieder Zeit für ein Alchemy Pay Update Video, denn lange ist es her und mir ist einiges Interessantes aufgefallen, was viele noch gar nicht bemerkt haben. Um genau zu sein, war das letzte Video über zwei Monate her. Da wurde ja eigentlich auch schon viel gesagt, denn Alchemy Pay hat endlich ihre Roadmap enthüllt gehabt. Vorher gab es nämlich so die ein oder anderen Probleme und von daher wurde eigentlich schon sehr viel gesagt. Nur hat sich im Kryptomarkt innerhalb der letzten Monate eine recht starke Korrektur ereignet, die insbesondere die Altcoins getroffen hat. Und da möchte ich doch mal genauer auf Alchemy Pay zu sprechen kommen, wie die Kryptowährung sich gemacht hat und was natürlich auch hier sich alles verändert hat, was alles für Neuigkeiten mit dabei sind. Dazu besprechen wir die Hongkong ETFs und was das für Auswirkungen für Alchemy Pay haben könnte. Zudem aber auch natürlich das März Update und gleichzeitig auch noch das April Update. Plus auch hier einen sehr interessanten Nebenaspekt, aber somit erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tekken Krypto. Freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie gesagt, es wurde hier auch mal wieder Zeit für ein Update. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und falls ihr was zurückgeben möchtet, lasst mir noch gerne ein Like da, zeigt gerne den Support. Es ist wie gesagt ein kleiner Klick mit großer Wirkung und ansonsten starten wir auch gleich mal rein nach dem Disclaimer. Ich würde mal sagen, wir kommen auf das Preisliche zu sprechen, bevor wir auf die News zu sprechen kommen. Und hier sind wir gerade auf CoinMarketCap. Warum sind wir auf CoinMarketCap? Denn über mir sehen wir es. Die zirkulierende Umlaufmenge, die wurde hier geupdatet. Hier sind wir bei 76%. Das bedeutet Alchemy Pay. Die waren ja im Bärenmarkt bei ca. 55%. Wenn wir hier mal auf CoinGecko gehen, da sehen wir es auch. Da steht noch ungefähr die 50% hier mit drin. Von daher wird das auf CoinGecko nicht richtig getrackt. Das ist die erste Information, die ich mit euch teilen möchte. Deswegen ist die MarketCap hier auch etwas versetzt. Die Preise sind natürlich bei beiden gleich. Aber ich gehe mal davon aus, dass CoinMarketCap hier etwas besser hinterher ist. Denn wenn wir auf Coinbase auch das Ganze mal eingeben, da steht auch, The Current Circulating Supply ist 7.6 Billion, also 7,6 Milliarden ACH Token. Wie hat Alchemy Pay die Korrektur überlebt? Wir sehen es ja, viele Kryptowährungen sind innerhalb des letzten Monats recht stark abgestraft worden. Und das ist nur die Top 100 bei Smaller Micro Cap Kryptowährungen. So wie es eben bei Alchemy Pay auch der Fall ist. Rang 367 kann das Ganze natürlich auch nochmal deutlich härter ausfallen. Wir haben das bei Veracity gesehen, die um 70% ca. gefallen sind. Und da muss ich sagen, wir sind eigentlich nicht so stark gefallen. Und das ist persönlich recht stark bei Alchemy Pay. Und das haben wir auch im gesamten Bärenmarkt eigentlich gesehen. Dass die Kryptowährung sich doch recht stabil gehalten hat. Denn wir sind hier von 0,048 US-Dollar bzw. von 0,05 US-Dollar runter bis ca. 0,02 US-Dollar gefallen. Also hier minus 50%. Aber konnten uns recht gut wieder erholen. Und sind jetzt immer noch auf stabilen 3 US-Dollar Cent mit drin. Das muss ich persönlich Alchemy Pay zugute heißen. Denn sie haben es geschafft von dem alten Boden, von dem Bärenmarkt recht gut anzusteigen. Und von daher bietet die Kryptowährung tatsächlich eine recht gute Sicherheit im Portfolio. Das ist wie gesagt positiv. Und wenn wir aber mal auf den Preischart schauen. Da sehen wir, dass das All-Time-High bei 19 US-Dollar Cent lag. Beziehungsweise fast bei 20 US-Dollar Cent. Und das war vor über 2 Jahren. Und wir sehen es natürlich auch hier am Preischart. Wir waren extrem gepiekt. Das müsste ungefähr zu dem Binance-Listing geschehen sein. Und danach wurde die Kryptowährung recht stark abverkauft. Und an die Preise sind wir natürlich lange nicht mehr rangekommen. Schauen wir aber mal auf die Market Cap. Und wie gesagt, da gehen wir jetzt hier wieder auf CoinMarketCap drauf. Da sehen wir es wie gesagt nochmal hier der Preischart. Ähnlich wie bei CoinMarketCap. CoinMarketCap gehen wir aber auf die Market Cap drauf. Da sehen wir, dass wir eigentlich vor kurzem sogar ein neues Allzeithoch geschlagen haben. Und genau das ist wirklich das Interessante. Das liegt natürlich an der Umlaufmenge. Und das bedeutet, wir sind bei AlchemyPay eigentlich auf einem neuen Allzeithoch. Die einen würden jetzt denken, okay, das ist ja eher negativ. Ich für meinen Teil muss aber sagen, das bedeutet ja, dass AlchemyPay sich eigentlich ganz gut gehalten hat. Und dass wir hier immer noch gute Luft nach oben sehen. Denn wie gesagt, wir sind in den Bereichen auf einem Allzeithoch. Und da es ja eine kleine Kryptowährung ist, eine Small Cap, hier im Bereich von 230 Millionen in der Market Cap, bedeutet das natürlich auch, dass die Kryptowährung inflationär sein muss. Anders geht es nicht, um ein Ökosystem voranzubringen. Und das ist persönlich mir aufgefallen und weniger haben darüber gesprochen. Denn viele schauen natürlich auch immer nur auf den Preischart. Aber auf dem Market Cap Chart sieht das Ganze doch schon interessant aus. Und wie gesagt, das Positive ist ja auch, die Inflation, mit der müssen wir rechnen. Aber die zirkulierende Umlaufmenge, die ist jetzt schon zu einem Großteil mit drin. Also in der Umlaufmenge sind die meisten AlchemyPay-Token mit drin. Drei Viertel, 76%. Das bedeutet, da angehend besteht natürlich auch weniger Dampfgefahr, beziehungsweise eher weniger Risiko. Und das hat der Kurs, und das ist auch das Interessante, recht gut weggesteckt. Denn ja, innerhalb des letzten Jahres müssten ja so ungefähr 20% hinzugekommen sein. Aber trotzdem hat AlchemyPay nicht auf weitere Bodenbereiche geschlagen. Und das ist für mich persönlich ein gutes Zeichen. Und das könnte man auch in einer gewissen Hinsicht mit Solana vergleichen. Natürlich ist der Chart bei Solana hier nochmal etwas bullischer. Und wir sprechen hier auch von anderen Dimensionen. Aber hier sind wir ja auch recht stark angestiegen zum Bullrun 21. Und diesen Preis haben wir hier bislang nicht erreicht. Aber wenn wir mal auf die Market Cap-Sicht schauen, da sind wir sogar höher, als wir damals waren. Und das liegt natürlich auch genau an dem gleichen Fakt an der zirkligen Umlaufmenge. Dass einfach mehr Solana mit in den Umlauf mit hinzugekommen sind. Und genau das gleiche ist bei AlchemyPay so. Und von daher finde ich das persönlich gar nicht mal verkehrt. Also was können wir von dem Update aktuell daraus schließen? Die Kryptowährung hält sich eigentlich recht stramm. Genau deswegen schauen wir auch mal gleich weiter, wie es hier mit der Entwicklung aussieht. Denn eigentlich wurde ja schon viel gesagt bezüglich der Roadmap. Da sollte eigentlich jeder den Plan haben. Falls du das noch nicht gesehen hast, dann hol das gerne nach. Ich verlinke das Video auch nochmal am Ende des Videos. Das heißt, schau dir gerne dieses Video erstmal an und dann kannst du dir das hier anschauen. Aber da wir das preislich abgehakt haben, wo gibt es die Kryptowährung denn zu kaufen? Meine Wahl würde hier auf die Kryptobörse BingX fallen. Hier hast du nämlich die Möglichkeit, viele der kleinen Small Caps zu kaufen, die es eben nicht auf jeder Börse gibt. Plus dazu ist eine sichere Börse. Also wir haben eine benutzerfreundliche Oberfläche und ist auch für Trader geeignet. Bloß mit dem Link unten in der Beschreibung sicherst du dir bis zu 5000 USDT einen Trading Bonus und unterstützt damit natürlich auch kostenfrei meinen Kanal und meine Arbeit. Also vielen Dank an jeden Einzelnen. Hier habe ich auch ein komplettes Tutorial zu der Börse hochgeladen. Das findest du ebenfalls am Ende des Videos. Aber genug geschnackt. Wir gehen mal auf die News drauf ein. Denn wie gesagt, wir haben einige Monate aufzuholen. Obwohl, wie gesagt, schon vieles gesagt wurde. Erstens haben sie nochmal genau diese Hongkong-Thematik etwas näher hervorgehoben. Wir wissen ja, dass die Hongkong-ETFs an den Start gegangen sind und Hongkong auch generell recht kryptoaffin ist. Und da meinten sie ebenfalls, okay, das ist natürlich auch positiv für Alchemy Pay. Und haben auch hier nochmal diese Krypto-Spot-ETFs etwas näher durchleuchtet. Und warum das jetzt auch positiv sein kann für Alchemy Pay. Und da wurden zum einen Punkte genannt, dass es natürlich eine Vielzahl von Investoren anzieht. Institutionelle Anleger bis hin zu Einzelhändler. Und dass Personen bzw. Anleger, die etwas konservativer sind, jetzt auch eher dazu geneigt sind, in den Kryptomarkt einzutreten. Die eben auch vorher beispielsweise gezögert haben. Und da angeht, dass Alchemy Pay eben doch gut positioniert. Und sie meinen auch, dass die Infrastruktur von Alchemy Pay hier auch das Wachstum unterstützen kann. Da beispielsweise immer mehr Anleger durch ETF-Zugang zu digitalen Vermögenswerten gewinnen, kann auch hier die Nachfrage nach Krypto-Zahlungslösungen kommen. Wie gesagt, das ist ja auch der Hauptpunkt von Alchemy Pay. Und ansonsten bauen sie natürlich auch weiterhin ihr Ökosystem aus. Ich würde mal sagen, gut, schauen wir mal an, was hier passiert ist. Und zwar bezüglich dem März-Update. Hier, wie gesagt, die Roadmap, die haben wir schon besprochen. Das ist eigentlich alles, was wir wissen sollten. Und das ist eigentlich auch der Hauptplan. Und alles, was wir uns hier jetzt anschauen, das ist natürlich ganz nett. Aber wir gehen auch mal ganz kurz auf die wichtigsten Punkte drauf ein. Und zwar haben sie hier auch die Genehmigung dieser Money Transmitter License bekommen. Diese sind natürlich immens wichtig. Auch in Bezug auf die regulatorischen Rahmenbedingungen. Da müssen sie auf jeden Fall hinterher sein. Und genau das machen sie. Das heißt, hier einen Haken dran. Ansonsten haben sie auch mal hier ihre Partnerschaften aktualisiert. Wenn wir hier auf das Bild drauf gehen, da sehen wir natürlich, okay, hier sind einige mit dabei. Für die Kryptowährung ist es aber generell wichtig. Und das Ökosystem sollten wir eigentlich auch kennen. Da gibt es eben viele Punkte wie Kryptobörsen. Da gibt es aber auch viele Kryptowährungen, die eben mit dieser OnRamp verpartnert sind, beziehungsweise mit integriert sind. Aber auch noch viele weitere Punkte. Ansonsten Informationen, die ganz nett sind und noch irgendwo wichtig für AlchemyPay sind, da sie eben On- und Off-Ramping betreiben möchten. Also Ein- und Auszahlungen in Kryptosicht möglich machen wollen. Also du zahlst in Krypto ein und kannst Euro rausbekommen. Oder andersrum, weißwärts. Und da braucht man natürlich auch diese gesamte Kryptowährung. Deswegen sind sie natürlich da auch unterher, die ganzen Kryptowährungen hier mit zu implementieren. Da haben wir beispielsweise auch Polyedra, also das Netzwerk. Dann gibt es aber ebenfalls auch CETA. Dann stellt AlchemyPay auch seine Card as a Service, also C-A-A-S für die KI-Analyse vor. Ansonsten haben sie auch noch eine Partnerschaft mit Habitrade durchgeführt. Dies ist eine Aggregationshandelsplattform, wo jetzt eben diese On- und Off-Ramp-Lösung von AlchemyPay auch integriert wurde. Ansonsten haben wir auch ZK Fair, ebenfalls haben sie auch das Chroma-Netzwerk mit hinzugefügt. Und Rider hat ebenfalls AlchemyPay mit hinzugefügt. Chroma ist hier eine Layer-2-Lösung für Ethereum. Und ZK Fair ebenfalls dasselbe, hat auch mit Layer-2 auf Ethereum zu tun. Ebenfalls aber auch Astar Network, die jetzt mit AlchemyPay verpartnert sind. Wie gesagt, das sind jetzt nur Integrationen, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ist natürlich auch wichtig für AlchemyPay, genau deswegen wird das hier auch mit gekennzeichnet. Ansonsten hat auch ACE die Fiat On-Ramp von AlchemyPay integriert. Und UX-Link kündigt die AlchemyPay-Partnerschaft mit an. Ansonsten sind sie natürlich auch weiterhin auf verschiedenen Events mit dabei. Und geben eben die Information, hey AlchemyPay ist da, das sind unsere Lösungen. Meines Erachtens nach bietet das natürlich auch irgendwo den Mehrwert. Weil um genutzt zu werden, muss man natürlich auch irgendwo bekannt sein. Und ich glaube auch persönlich, dass genau deswegen die Market Cap von AlchemyPay gar nicht mal so verkehrt ist. Wie gesagt, hier CoinGecko trackt das nicht richtig. Aber auf CoinMarketCap sehen wir, dass wir hier wie gesagt auf MarketCap-Sicht auf einem Allzeithoch stehen. Und ich glaube eben, dass diese Events auch irgendwo dazu beitragen. Ansonsten, was haben wir im April für Neuigkeiten bekommen? Ebenfalls wie auch hier, sie sind bemüht, viele Events mitzunehmen. Krypto-internen Events, beispielsweise hier Token 2049 in Dubai. Ansonsten sind sie jetzt mit dem Carbon Browser verpartnert. Dieser ist ja auch mit Veracity verpartnert. Also interessant, wie diese Carbon Browser Web Extension hier auch an Relevanz gewinnt in Krypto-Sicht. Und AlchemyPay hat ebenfalls den neu gestarteten USDT Stablecoin von Tether integriert. In Bezug auf die Ton-Blockchain, also in Bezug natürlich auch auf Telegram erweitert. Und wie gesagt, diese ganzen Events, wo sie auch teilnehmen, insbesondere hier Hongkong. Es war auch vor den ETFs auch so ein Punkt, wo sie immer und immer wieder mit vertreten waren. Ansonsten gibt es hier bei dem NFT-Checkout ein Fortschritts-Upgrade. Ja, ansonsten noch so ein paar andere Sachen wie Loki, was jetzt hier integriert wurde. Oder DogWithCoin, also DogWithHead. Ja, aber ansonsten war es das auch schon mit dem AlchemyPay-Update-Video. Ich hatte ja vor kurzem eine Playlist erstellt bezüglich Krypto-Fahrplan und ich habe nochmal viele Videos durchgeguckt auf meinem Kanal, die sich eben mit dem Thema Mindset auch auseinandergesetzt haben. Tipps und Tricks. Und das heißt, falls ihr auch mal die Altcoin-Sicht in Bezug auf den Bärenmarkt sehen möchtet, dann checkt gerne auch mal die Playlist ab. Und wie gesagt, natürlich auch gerne Feedback da lassen. Und darum traue ich natürlich, dass ihr den maximalen Mehrwert rausziehen konntet aus dem Video. Ich hoffe, soweit hat euch das Video auch hier gemundet. Mal schauen, ob wir hier den kleinen Altcoin-Experten auch für die nächsten Videos weiterhin integrieren werden. Aber ja, somit wurde eigentlich alles gesagt und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns bis zu den nächsten Videos. Peace out. Und auch gerne ein Abo da lassen, um keine Videos mehr zu verpassen.